Strom. Mach an. Ja. So, heute testieren wir ein Messer. Dieses hier, Überlebensmesser. Und zwar in diesen Flaschen hier. Wie viele ich davon, gehen wir ein bisschen nach da. Wie viele Widerstand gespürt. Also ich hätte da viel mehr durchschneiden können. Alles klar, so ein kleines Messerchen. Sehr gebräuchlich. Kannst du ausmachen. Ich behandle auf meinem Kanal natürlich auch wichtigere Themen als Messertests. Also schaut vorbei. Bis dann.